So machen wir mal wieder ein Part Big Farm Story. So ist ein neuer Offline-Better. Da können wir online weiterspielen. Bind ich ganz praktisch. So machen wir mal ein Part wieder. Ich hoffe das geht klar. Ja. So. Supi. Ok. Wollen wir ja. Haben wir Post. Können wir mal lesen. Landraten. Bist du bereit für eine echte Herausforderung. Zeig mal was du kannst. Und fisch ein paar Wälze. Ok. So das Schweinchen hat was für mich. In ne Münze. Ja supi. In ne Münze. So warte. Schauen wir mal eben. Was haben wir hier. Können wir was abgeben. Und dann können wir das machen. Das können wir liefern. Achso. Wir müssen ja mal hüten. Ja das passt schon blau. Ist ok. Das ist ok. So. Lassen wir mal schauen hier eben. Ähm. Die Hühnerchen bisschen kuscheln. Sammeln und kuscheln. Was? Futter. Und. Und. Und ja ne. Müssen wir gar nicht mal. Ach. Wir müssen ja gar nicht mal kuscheln. Stimmt. Wir haben ja die. Kuschelzeit. Überstanden. Hier kann man mal was raus. Fischen. Gleich einen Wurm wieder rein. Sein. Sehr gut. So. Ich hatte es jetzt lange noch mal gespielt. Aber ich denke. der. Wir blicken da schon noch durch. So weit. So gut. Und. So. Einmal. Ölzerschniss. Ach. Wir haben ja hier auch noch unsere Kuh. Und. Wir wärmen auch gleich mal ein bisschen. Liebhaben. Und. Sammeln. Sammeln. So. Ne. Quatsch. Geben. Jetzt sammeln wir die Milch. Hmm. Lecker Milch. Hmm. Futter gibt es noch. Und da haben wir ja eigentlich alles erledigt. So. Super. Lass mal kurz schauen. Lass mal kurz schauen hier. Also. So. Finden eine passende Muschel. Fischer haben wir empfohlen. Achso. Das war mit dem Krebs. Jawohl. Mit dem Krebsle. So. Alle drei Wetterkästen finden. Und das waren hier so. Neben. Dinge. Ähm. Welter fangen. Was will denn der? Hochzeit. Sammeln. Ach. Den schönen Zaun reparieren. Was wäre denn da? Kommt der Dieb fängt? Hat er mich gebeten? Holt. Ach. Holzscheide. Okay. So. Die Wälze. Jawohl. Gut. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Ähm. Nach der passenden Muschel. Wird die denn sein? War? Und wir können ja auch noch was ernten. Machen wir das schnell. So. Machen wir mal hier. Mörlis. Natürlich müssen wir das erst. Einzel machen. Machen. Da haben wir das Doppelte noch nicht. Ähm. Könntest du bitte hier. Danke. Ja. Ich geh erstmal weiter. Ist ja auch hier. Ähm. Guck mal. Ist ja schon bald 9.40 Uhr. Kommt ja auch noch rum. Hier mit der Ernterei. Wenn die. Äh. Zeit rum geht wie nix. So. Eine passende Muschel. Ja. Wo werden wir die denn finden? Ey. Dann müssen wir kurz noch mal schauen. Was in der Muschel hübsche zu finden? Krebsen. Naja. Zuhause. Mhm. Oder Geschwäsche mit betroffenen Charakteren. Helvengesuchte zu finden. Aber was war da noch gewesen? Achso. Okay. Gut. Okay. Gut. Ja gut. Dann lassen wir erstmal weiter gehen hier. Das Städtchen. So. Ins Städtchen. Jawollo. Und wir treffen hier natürlich auch wieder andere. Ne. Doch nicht. So. Es hatten ja auch. Oh. Hallo. Kann ich etwas für dich tun? Über die Wetterkästen. Drei Wetterkästen. Jawoll. Da haben wir ja eigentlich schon zwei gehabt. Und die Muschel müssen wir mal noch finden. Ich gehe mal hier runter. Gucken mal. Was hat er hier? Brauchst du was? Und bitte eine Aufgabe. Achso. Das ist das mit diesen Fischen. Wälze. Wälze. Und der Faktor darf zum Angeln. Jawoll. Okay. Ähm. Wie war das mit dem Angeln denn? Wie war das mit dem Angeln denn? Mal gucken. Achso. War das. Jawoll. Ach. Da habe ich noch keinen Angelschein. Das ist ein Mist. Gut. Da können wir ja auch keine Wälze fangen. Wir suchen die passende Muschel. Versuchen wir halt mal die passende Muschel. Steine. Okay. Würmle. War dabei. Sehr gut. So. Jetzt haben wir natürlich hier keine passende Muschel. Ganz toll. Mhm. Da ist noch was. Da ist auch noch was. So ist nichts. So. Was denn hier? Ach. Das war das. Ähm. Genau. Gut. Das ist der Wälterkasten. Und die Muschel. Brauchen wir noch. Könnten ja vielleicht noch. Warte mal. Wollt ihr das mit der passende Muschel haben? Ja. Rostiger Haken. Genau. Rostiger Haken. Vielleicht noch in dem anderen Ort hier mal gucken. Ah. Mal gucken mal. Ist nichts. Hier unten liegt irgendwas. Mal gucken was das ist. Vielleicht. Vielleicht. Ist es ja die Muschel. Oh. Da bist du. Also. Ist es die passende Muschel? Ne? Das war ja cool. Ja. Cool. Die wurde aber letztens noch nicht gelegen. Also komisch. Aber auch. Hat die denn jetzt hingelegt? Komm schon. Die muss doch richtig sein. Weiter. Wackel wackel. Weiter. Ja. Das ist ja die Geschichte. Cool. Ja. Der Einzielekrebs ist. Die Muschel krabbelt. Na siehste. Dann ab mit dir ins Wasser ey. Danke kleine Bart. Ich brauchte diese Wetterkasten wirklich dringend. Cool. Dann haben wir den auch erledigt. Und wir haben die in Orlidisch. Jawoll. Dann können wir in Nordern reden. So. Dann können wir noch die Sölfchen hier mitnehmen. So. Mal zum Städtchen wieder gehen. Halt. Bleibst du hier? Naran. Jawoll. Ich könnte drei. Ich konnte drei alle Wetterkästen besorgen. Doll. Ich hab den Rest der Wetterdaten gesammelt. Ich füge die Zahlen noch hinzu. Hm. Ich verstehe. Oh. Was? Oh je. Was ist? Nach der Windrichtung zu schließen. Und unter Berücksichtigung der Böen und des Regens. Na dann. Ist ein Oberwoll in den Bergen abgestürzt. Okay. Und warum verrät mir dein Gesichtsausdruck, dass das schlechte Nachrichten sind? Wir können dort nicht einfach so hin. Es sind stille äh steile Klippen. Und der Pfad wurde vor Jahren von einem Felsrutsch begraben. Es muss einen anderen Weg geben. Du hast recht, aber ich muss mir erst einen überlegen. Du kannst auch versuchen herumzufragen. Wen könnte ich fragen? Ich würde dir empfehlen, so viele Bewohner von Kastanien einzufragen wie möglich. Je mehr Ideen wir sammeln, desto höher stehen die unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Ja, dann wollen wir mal gucken. So, müssen wir mal gucken. Das sind ja eigentlich die Nebendinger hier. Nebendinger. Ja, müssen wir mal mit den Leuten gereden. Und da hat er was hier für mich. Jawoll, Münze. Vier Stück sogar. Hey, was gibt's Neues? Über die Berge. Wie auch immer du es anstellen willst, ich werde genauestens von deinem Ausflug in die Berge berichten. Achso, das ist dasselbe. Okay. Ja, dann berichte mal. Ne? Carmen. Ach guck mal, hier ist ein Spieler. Bleibst du mal da? Hallo? Bleiben sie hier? Oh nein, jetzt haut sie ab. Oh Mann, weg ist sie. Warte mal. Warte mal, ich könnte da aber hier, ähm, Moment, die Form gehen. Ich habe leider nur einen Freund, macht aber nichts. Da war der Busch noch mal da, da kann man auch hier. Nichts machen, wa? Kann man ein wenig rumkloppen. Drei Hühnchen. Okay, perfekt. Ne, ich kann es nichts machen beim Handy. Schade aber auch. Halt. Halt, warte, warte. Ja, jetzt muss ich natürlich mit dem Weg lautschen. Ist egal. Ja, wir sind ja trotzdem, ähm, geht ein Mittelweg. Das ist eigentlich mein Geldstand. Okay. 10,950. Gut. Okay. Was haben wir denn noch versorgen hier? Korotten, mach mal Korotten. Die haben wir mal gegossen. Gut. So, warte mal. Ähm, müssen wir noch mal mit den Leuten babbeln? Dass wir vielleicht was mit den... Ja, zum Ober halt fliegen, ne? Zum Oberfliegen. Zum Oberfliegen. Ja. Die Berge. Ziemlich gefährlicher Ort. Vor ein paar Jahren gab es doch einen Felssturz. Ja, ich muss dort rauf. Auf die Berge sagst du? Ja, na, dann glaub der Heißluftballon meines Obas ist während des Sturmes dort abgestürzt. Dein Ober hat der Heißluftballon gebaut, ohne mich zu fragen. Oh, tut mir leid, das... Seon, Seon. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich versuche Ideen zu sammeln, wie ich in die Berge reichen könnte, um nach ihm zu suchen. Warum überlässt du das nicht den Experten? Experten, Amelia, du weißt doch, dass die Tage vielleicht sogar Wochen dauern können, wo jemand kommt. Wenn überhaupt jemand kommt, warum klettern wir einfach nicht hoch? Klettern? Sam? Schatz? Wir könnten versuchen den Weg freizuräumen. Schade, dass wir keinen Sprengstoff haben. Sprengstoff? Wir haben immerhin Spitzhacken. Spitzhacken für einen instabilen Felsbrocken. Wir sollten nicht vorschnell handeln. Treffen wir uns später im Städtchen, um vernünftige Ideen zu sammeln. Okay, ich komme nach, wenn ich mir mehr Ideen gesammelt habe. Was hat's denn noch? Achso. Was ist das dunkel hier, ey? So ein Mist. Hallchen, was sagst du? Über die Berge? Äh, wir sollten nicht vorschnell handeln. Treffen wir uns später im Städtchen. Achso. Städtchen. Was ist denn hier? Sie würdigt einen kurzen Seitenblick. So, wir wollten eigentlich hier mal mit ein bisschen... Hey, anbändeln. Wir sollten... Ah ja, gut. Okay. Anbändeln. Kreide. Das ist aber lieb von dir. Oh, wir haben zwei Herzchen und irgendwie habe ich Kieselstein bekommen. Ja, cool. Und 10 Kekse, 12 Kekse hat sie gefunden. Super. Und jetzt wird's schon wieder dunkel hier. Ich glaub so kaum. Ich hab nichts geschafft an dem Dach hier. Es wird schon wieder dunkel. Oh, hier, was ist denn das? So, da können wir andere Leute auch noch besuchen, ne? Ein bisschen. Wenn sie's mitmachen natürlich, gell? Wenn sie's mitmachen. Aber so viele spielen das gar nicht mehr, wa? Nein. Ich weiß nicht, wie viel über die Berge, außer dass dort Schlehen wachsen sollten. Hm. Schlehen wäre ein besonderer spannender Zutat. Okay. Können wir hier Schlehen mitbringen. Wenn's so weit ist, ne? Höhen wir hier. Mhm. Hm. 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 Das wird Feldkalben. jetzt haben wir hier einen haben wir gerade mal hier gerade mal einen Nadal hat mich gebeten ein Treffen für später zu organisieren vielleicht möchtest du zuerst noch ein paar Ideen sammeln Ideen sammeln erwähnen die Berge bloß so laut hier äh, nicht so laut äh, Mo mag das nicht Mo mag das nicht, okay da müssen wir hemmen, oder? ich meine, es ist ja doch jetzt schon dunkel wieder das ist echt blöd mit der Dunkelheit hier das ist blöd mit der Dunkelheit blöde Dunkelheit, ja so, dann müssen wir es noch mal hemmen, wahr? na mich sind ein paar Esser verkaufen, ein bisschen viele davon gut, sonst könnt ihr die gar noch mal sammeln und wir haben noch einmal was bekommen, oder wie? ah, hier Freischalten ja, cool das haben wir ja noch nicht, ne? ne, siehste ach, die Nadal habe ich jetzt gerade beachtet, siehste ich muss mal gucken, wo das hier mit diesem Doppelback war das ist ein bisschen leider nicht mehr ja, guck mal, da kannst du auch schon gleich wieder hier ähm, kleines Eschen mitnehmen hier, gell? hm, hm ja, geh mal rein in die Hüden, wa? ja, was machst du denn? geh doch rein in die Hüden geh doch was kochen nee, kochen Karottenzübel das Butter Butter für die Mutter Sahne wir haben mal den Karottenzübel halt können wir verkaufen, wa? gut ich hab noch so viel Energie, ey Stinky schläft schon ach, ich weiß nicht, was jetzt hieß, ich sag einfach Stinky boah so, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht, ähm die anderen irgendwie treffen oder ob ich noch wegen mehr Informationen sammeln soll ah, guck mal, hier ist auch schon wieder alles, ähm, gewachsen wie wild mal sammeln und einmal Futter jawoll super so, warte mal, Stückchen oh, da müssen wir doch mal Hüren dann herstellen hier äh, ich mein, warte mal kleines Tierfutter großes Futter ähm Blübenzahn Blübenzahn Möhren äh, Weizen können wir auch noch machen hier mal zur Kuh so, einmal knuddeln und die Kuh hat ein Löffel ab jawoll sehr schön Weißkopf easy, okay hm witz ich gar nicht so Weißkopf genannt hab ja, wollen wir mal die Kuh die Kuh muss mal gucken, wo das war mit dem Ernten und so, äh, mit dem großen Ernten hier meine ich Na komm, mach muss ich halt doch mal ernten, was wann die brauchen noch ein Stückchen oh, wir haben ein neues Level ab jawoll Belohnung wählen ja, dann Bautogen Anbautogen ähm Anbau Man Bau Man Bau Kling gut ein Herzchen Ja, wenn du mehr Freude hättest würdest du immer so Dinger kriegen, gell irgendwie warte mal aber da muss ich mal in die Stadt im Bar einladen halt, ne Gießen müssen wir nichts gerade, das ist ganz gut, weil es regnet jetzt haben wir uns das schon mal gespart, ey das ist gut wunderprächtig so, warte mal, hier machen wir mal das hier das sind so leer, war meine Löwenzahn ich werde ein paar neue gehoben bald Weizen so 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 dann machen wir hier äh warte mal ich hab was glaube ich gehoben, ne was ein bisschen weit zusammen ja ich bekomme Geld, Mensch sag mal was ist denn da los mit meinem Geld was ist denn da los mit meinem Geld schade schade ja, müssen wir mal wieder ein bisschen Geld machen hier, gell gell naja, Schweinchen geht sofort los so 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 zack zack oh, da haben wir halt Möhren jetzt, Mensch, das ist schon wieder alle hier so, das kennen wir nicht und was ist denn hier was ist denn mit dir was ist denn mit dir? Mensch so, hier haben wir alle gepflegt jetzt müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Informationen sammeln wegen dem wegen dem überhahn ja wir können ja mal hier lang gehen da haben wir auch noch einen Würmchen gefunden mh 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 kann ich nicht warten. Wir werden eine Lösung finden. Treiben wir uns später mit allen und besprechen die Ideen. Danke für eure Hilfe. Was ist mit euch? Machen voll Liebe. So, was hat Siden hier? Hallo? Kann ich meldlich sein? Ach, warte mal, der andere hat noch was zu babbeln gehabt. Hier hat er noch was zu babbeln gehabt. Warte mal. So, die Holzscheide. Oh, 9 von 12 habe ich gerade mal. Das könnte man doch noch machen, wa? Holzscheide. Wollen wir mal gucken. Energie kann man ja, wenn es alle ist, noch ein bisschen drauf dingseln. Einer ist eine ganz tolle. Warte mal, meine Form. Oh, hier ist auch noch ein Stück Holz. Zack. 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 Na, siehst du, das war jetzt aber kein Holzscher dabei. Oh doch, 12 brauchen wir, kann man ja noch hier schnell uns gattern. Zack, da können wir mal die Uhr noch mit, sonst haben wir ja gar keine mehr hier am Ende, wa? Das ist ja alles leer. Zack. So, den du oben noch mitgenommen hier. Super. So, warte mal. Jetzt können wir das ihm geben. Und dann sind sie hoffentlich alle glücklich. Ha, ha. So. Holzscheide, jawohl. Haben wir. Sehr gut, das haben wir. Oh, das ist weg. Oh, jetzt wird er noch leckerlis. Acht Stück, ey. Wie haben wir denn leckerlis? Oh, sechs von acht haben wir. Ja gut, dann müssen wir das mal, wo wir leckerlis holen. 15 habe ich erst. Oh. Mensch, oh. Gut. Dann reden wir mal noch weiter. Leckerlis müssen wir halt noch beherstellen. Also, Javards Farm, mit denen haben wir gebabbelt mit den Leuten hier. Okay. Die müssen wir nochmal die quäglichen Katze plaudern. Wow. Haben wir da irgendeine Wörschen oder sowas in der Art? Einen Fisch können wir doch geben hier. Guck mal. Ja, das mag sie schon mal, siehst du? Das mag sie. Plus vier. Ja, das wird irgendwann auch noch unsere Hauskatze. Aber dann mal hier nach ihm mit dir ein bisschen babbeln. Mag mich ja. Äh, über den Motor? Flix, der Motor weigert sich zu arbeiten. Irgendwas über sie ist hier. Du, ich bin mir nicht sicher, ob du das überhaupt zum Laufen bringen kannst. Sieht ziemlich alt aus. Was? Hab ich denn deine Meinung gefragt? Naja, ist schon. Äh, was soll ich denn sehen? Ich brauche eine letzte Aufgabe. Motoranatomie. Aha. Ich tue jetzt mal überfliegen ein bisschen. Jetzt kriege ich ganz fußlichen Mund, ihr Lieben. ganz fußlichen Mund. Warte mal. Ich. Natürlich. Ja, sonst. Nee, doch nicht. Ich rede mit Sim. Achso, das war das. Okay. Warte mal. Können wir nochmal, ähm, dir ein Geschenk geben? Ich hab so viele Kreide hier. Ich kann's jetzt gebrauchen. So, Amelie reden. Amelie. Ist das die Amelie hier? Ja, gell? Ah, was war die Amelie? Über das Magazin. Sim. So, Zeitschriften, Motoren, Anademie, Nummer 123. Wahnsinnig. Dieses Mädchen ist das pure Chaos. Sie hat Zeitschriften mit 10 entdeckt und nicht eine Ausgabezeit her verpasst. Ja, jetzt fehlt ihr aber eine Ausgabe, gell? Aha. Okay, vielleicht Zeitschriften im Wald vergessen. Und findest du Nähe des Seas? Okay, gut. Wir nähe des Seas. Aha. Okay. Oh, Auron ist auch hier. Schau mal, Auron. Wer haben wir denn noch hier? Ah, warte mal. Hier will ich auch nochmal babbeln. Hat er was zu babbeln? Na, da hat, ne? Obwohl, da hatte ich nicht mit dem schon gesammelt. Ach, ne. Wir müssen noch Ideen sammeln. So, Auron hat jetzt, ne? Hat gut nicht, ne? Hat auch nicht. Naja, toll. Hat auch nicht. So, wann haben wir denn die Ideen gesammelt? Ostigen Hagen. Ah, gehst du mal wieder hoch, ja? Äh, rum, meine ich. Rum, um das Eckchen. Die babbeln müssen wir noch, wa? So, weg doch zum Angeln, nicht? So, über die Berge. Brauchst Fische? Ähm, nein. Genau, jetzt suche ich noch Ideen. Berge steigen. Berge sagst du? Oder Wasserberge? Nein. Über Berge. Der gute alte Walder segelt die Berge auf, warten denn Seemann. Ja, er ist nicht gesegelt, sondern geflogen. Ah, Wind gesegelt. Genau. Die Berge auf einer Insel. Nein, sie sind ganz normale Berge am Land. Oh, schade. Auf der Insel hätte ich was Schätze finden können. Wir können dir ein Boot leihen. Ein Boot? Für die Berge? Ja, Fluss. Na, auf, ey. Wasserfälle, äh, Wasserfälle, Boot hinauffahren. Oh, wir schwimmen doch in, einfach wie ein Lachs. Die lachen mich wieder aus, weißt du? Ups. Ne, das war ja aber nichts mit den Bergen. So, der war das mit den, ähm, Fischen. Ja, die haben wir ja nicht. Gut. Warte, kann man hier nochmal kurz gucken? Ach, ne, warte mal. Oh, wir haben da wegen 53 so Dinger hier, ey. Hm, 40? Am See angeln. Aha. Na gut, wir können erst mal weitergehen. Mal sammeln. Also, waren wir eigentlich auch jetzt mit jedem gebabbelt, oder? Gibt es ja noch mehr zum bubbeln? Ich wüsste jetzt nicht so ganz. Ja, jetzt ist das Treppen, siehst du. Sprengstoff, ja, eine gute Idee. Nichts für Ungut, na dann. Aber du bist Arzt und kein Bergarbeiter. Das ist Oben auch nicht. No, 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 no. Der Mo, okay. Er verabscheut sie. Connor, du solltest die Behörden verstelligen. Ah, ah, machen wir nicht. Wir können nicht drauf warten, dass sie uns glauben. Wir haben genug andere Ideen. Connor, sollten sich eine aussuchen. Bauen wir einfach nach seinem Ballon, oder? Oder klettern rauf. Also, ähm. Ich verstehe diese Aufregung nicht. Mathilde, bitte. Das Bergkirche, warum nehmt ihr ja nicht den Weg durch die... Ah, durch die Höhle. Na, siehste. Durch die Höhle gehen wir. In die Höhle? Klar. Da gehen wir durch. Höhle klingt nach der besten Lösung. Siehste. Ja, weil wir beiden einen Trupp zusammen. Genau, und los geht's. Oh, oh. Will auch helfen. Und ich. Alle wollen sie helfen, gell? Morgen werden wir sehen, wer wir helfen. Und jetzt gehen wir alle heim. Suppe. Halt, was ist denn mit dem? Ach so, die Leckerlis. Okay, da haben wir doch unsere Lösung gefunden. Sozusagen. Haben wir die Lösung gefunden. So, im Bett schlafen machen wir. Und irgendwer will dann noch am See ein Buch finden. Ich mein, wir hätten ja noch Zeit hier. Keine Höhle, die ich gesehen. Könnten wir nochmal schnell... Warte, wenn wir das hier mal gucken. Wie war das denn hier überhaupt? Ach, Apfelbaum. Mal kaufen, wa? Durch den Wald? So, warte mal. So, warte mal. Zack. So. Boot. Da ist es ja. Schau an. Da ist es, das ist wieder zu spät, da kann man nicht mehr mit dem reden heute. Gehen wir zurück in die Federn. Und da haben wir wieder mal ein Part gemacht auf alle Fälle, das ist gut. Sehr gut. Vielleicht haben wir Klicks Ring morgen immer noch, da müssen wir nicht gießen. Gut. Okitoki, dann sage ich erst mal bis zum nächsten Wort. Bye! Okay.